So, na gut. Ganz so aussichtslos wie es eben war, ist es nicht mehr. Weil wir ja auch voll sind an Einheiten schon mal. So, dann kommen die noch mal hier in die Ecke, um da aufzuhalten. So, die Türme hier noch mal schnell bauen. So, dann hoffe ich, die kommen nicht von hier. Ja, toll. Oh Gott. Warum Trolle? Scheiße. Okay. Okay. Oh Gott. Das ist natürlich doch etwas fies. Was können wir da denn jetzt machen? Die arbeiten sich ja hier langsam vor. Und... Wenn das so viele sind, was ist denn da gut gegen... Mit Held hier. Machen wir auf jeden Fall jetzt das Tor zu. Zwerge! Sie wollen unsere Gebäude! Bogenschützen! Das ist wichtig. Dass wir viele Bogenschützen haben. Braucht jemand ein paar Hüter? Auf ins Getümmel! Sie greifen die Minen an! Okay, wir müssen nämlich unser... Das einmal verteidigen hier. Alle Menschen in der Fall! So. Der Feind ist nah! Vorwärts! Die Elben! Sie sind gekommen! Das ist schon mal gut. Wir werden überrannt! Ja, toll. Den greifen sie doch mal an. Wir sind hier, um euch beizustehen. Dieser Zwerg ist bereit. Trübe auf Zeit! Ist das Tor zu? Wo ist der Bauplatz? Eine kleine Gruppe von Kämpfern hat sich von der Hauptarmee abgespalten. Schützt den Baumeister! Unser Baumeister ist nicht mehr. Ich kämpfe an eurer Seite. Seid frohen Mutes, Zwerge! Das Tor darf nicht fallen! An die Waffe! Unsere Gebäude! Achtung! Oh, Scheiße! Kommt ihr mal! Jetzt Vorsicht! Saurons Mund hat einen Saurons Mund und seine Truppen nieder! Sammelt euch! Dieser Zwerg ist bereit! Oh Gott! Wie mach ich das? Stopp, 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 stopp! Nein! Nein! Habe ich da jetzt raufgeklickt? Ich wollte da doch nicht raufklicken! Hä? Untergraben darf ich ja... Ja, das ist es, das ist mir jetzt... Ich habe doch hier gar kein Gebäude mehr, um die rauszuholen, ne? Doch, habe ich noch! Schnell, rein da! Bogen, 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 ist hier kein Bogen? Feines Zwergland, ja! Wir brauchen Platz! Seid frohe Mutes, Zwerge! So! Hier müssen wir... Sichern! Haben die jetzt hier... Nicht ehrlich, oder? Oh nein! Die wollen da angreifen! Unsere Gebäude! Ein solides Dach ist ein guter Anfang! Zwerge! Sie können nur von hier kommen! Schließt auf, schnell! Also müssen wir hier sichern! Macht euch bereit, Zwerge! Da können sie jetzt kaputt machen! Ist mir egal! Auf jemand ein paar Hüter? Der Schießstand ist fertig! Auf ins Getümmel! Jetzt wird gekämpft! So sind... Seid frohe Mutes, Zwerge! Hier kann ich nichts... So, ich schicke die da rüber, wenn die hier angreifen... Jetzt wird gekämpft! Ich bin gleich fertig! Macht euch bereit, Zwerge! Scheiße! Die haben das Gebäude vernichtet! Dann brauchen wir hier schnell eins! Gerade die Helden bleiben hier! So, die Helden schaffen das! Die sind nämlich stark! Wenn wir alle Kräger Saurons vernichten! Saurons Mund und seine Streitmacht sind besiegt! Wir haben alle Hände voll zu tun! Wir haben noch viel zu tun! Wo ist der Bauplatz? Na gut, jetzt haben sie es kaputt gemacht! Das sieht gut aus! Niemand versteckt sich vor einem Zwerg! Katapulte! Bauen die hier noch was? Na ja, die Gebäude zum Bauen haben sie! Aber jetzt sieht es ziemlich gut aus! Entschuldigt, wenn ich ein bisschen still bin! Ich bin hier total am Grübeln! Wie ich jetzt weiter vorgehe! Feuerpfeile kann ich... Wie lange warten wir gebrochen? Schnell jetzt! Und dann los! Angriff! Haltet sie von unseren Gebäuden fern! Die Schmiede ist einsatzbereit! Die sind da schön abgelenkt! So, wenn sie jetzt da mitten rauf schießen, dann haben wir natürlich... ...natürlich ein Problem! Wir haben den Schießstand erweitert! Ist der König jetzt wieder da? Wird noch gebaut! Wir haben sie für sie! Dieser Zwerg ist bereit! Ich kümmere mich darum! Jetzt müssen wir ja noch die Hauptstadt hier... Wir haben die Schmiede aufschlöchen! So, erstmal die Taverne hier loswerden! Ich bin dabei! Weil ich ja alles sehe, kann ich ja hier auch mal ein bisschen... Mal gucken, wie viel Schaden das auf dem Gebäude macht! Na, haben wir ihn... Ich sag mal, entkernt haben wir die Festung! Hier greifen wir auch nicht mehr an! Das ist schon mal ein gutes Zeichen! Sie könnten in der Nähe sein! Folgt mir, Elben! Wie lange warten wir denn noch? Was für ein hässliches Pack! Ha! Ich wusste, dass das passiert! Aber ich glaube... Legt alles in Träume ab! Wir haben es gleich geschafft! Wir können nicht noch mehr Soldaten führen! Seid frohe Mutes, Zwerge! Das gehört nicht hierher! Oh, eigentlich können wir gleich auf die Festung gehen und dann... Dann sollten wir es auch geschafft haben! Oh, da machen die auch guten Schaden, sag ich mal! Bisschen unlogisch, dass alle ein Gebäude angreifen können, obwohl sie nur Schwerter oder so haben! Aber na gut! Ist ja auch nur ein Spiel, ne? Da müssen alle Gebäude weg! Ich hab doch ne... Ich hab sogar... Fünf Festungen gehabt hier! Und jetzt ist das noch ein Bonus-Ziel! Ja, Elben auf den Turm hier! Kampfturm, der hält aber viel aus hier! Hä? Was ist denn nicht eigentlich hier kap... Wir dürfen nicht zögern! Wir müssen den Schatten aufhalten! Die Schlacht lässt mich nicht wohnen! Das ist... Sie greifen an! Jetzt werden die Zwerge ein Würmchen mitreden! Ja, der Mann zu! Wir nach, Zwerge! Aber wir haben es geschafft! Die Elben werden diesen ruhmreichen Tag besinnen! Da freut sich der König! Und wir haben... Endlich! Kann man sagen! Die Mission hier geschafft! Die Ankunft der Elben aus Düsterwald besiegelt den Triumph der freien Völker! Die Schlacht um den Erebor ist gewonnen! Der Schatten lichtet sich über Mittelerde! Nun muss nur noch Dol Guldur zerstört werden, um die Diener der Dunkelheit für alle Zeit aus den nördlichen Ländern zu vertreiben! Ah, da! Da sieht man unsere... Wann wir eine Festung gebaut haben! Naja! Und Gesamtergebnis ist eine... Die sieht eigentlich fast immer so aus! Mit ein paar... Ja! Einmal kurz durchscrollen! Dann kann jeder einmal gucken! Spielzeit 40... 41 Minuten! Und wir haben es geschafft! Und jetzt kommt die... Nächste Mission, Dol Guldur! Und soweit ich weiß, ist das die letzte Mission in der guten Kampagne! Deswegen bin ich auch ein wenig gespannt! Jetzt müssen wir die ganze Festung Dol Guldur zerstören! Und ob das genauso schwer wird, weil... Plötzlich ist es ja, finde ich, schwerer geworden mit den zwei Missionen... Also die zwei Missionen vor Dol Guldur jetzt, waren also im Vergleich zu den anderen ziemlich schwer, fand ich. Wie sieht всей millionaire Vor- und운전 von Soppen aus... Okay! Und gehen jetzt noch vorne, ich gehe einfach... Hurdunage W affection-Une Hurdunage W affection-Une Die chciaermine Habe in die VideoMake-Une Dann ist das eine Szere-Une